Bei Carpador werden wir in diesem Part viel Spaß haben. Ich glaube, das wird nie so funktionieren, wie ich das möchte. Trotzdem möchte ich euch, euch natürlich, herzlich willkommen heißen zurück bei Let's Play Pokémon Plan, die Edition Never Used One. Im letzten Part haben wir unseren achten und letzten Arena-Orden gewonnen. Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Das können wir jetzt mal eben tun. Das ist nämlich der Licht-Orden hier. Nochmal eben frischen Blank putzen in Form eines solch Turms. Ganz nett designt eigentlich. Und jetzt, bevor wir uns auf den Weg zur Pokémon-Liga machen, wollen wir noch ein paar legendäre Pokémon fangen, würde ich sagen, oder? Dazu sind wir erstmal wieder zurück in den Kraterberg gereist. In der Nähe der Speersäule. Aber erstmal müssen wir hier den Wasserfall hinauf, denn dort gibt es doch bestimmt ein paar nette Sachen versteckt. Da ist eine kleine geheime Höhle. Ich weiß nicht, ob wir hier noch Schutz drauf haben, aber ich denke mal schon. Und siehe Ihnen an, hier haben wir erstmal eine Steintafel versteckt und auch auf dieser Tafel seine Inschrift eingraviert. Als das Universum entstand, entstand diese Tafel aus einem Splitter. Man staut Steintafel in die Itemstasche. Mal schauen, was wir hier für Items haben. Denn hier sind die einzigartigen Items der Weiß-Orb und der Adamant-Orb. Wofür wir die brauchen, dass wir mehr noch in diesem Part feststellen. Aber jetzt gehen wir erstmal den Weg nochmal zurück, denn jetzt fördern wir uns wirklich direkt zur Speersäule zurück. Dazu müssen wir glaube ich erstmal aus dieser Höhle hier raus. Und ich glaube dazu müssen wir hier entlang. Und der Schutz wirkt nicht mehr. Das war die Bestätigung aber, dass nur einer drauf war. Und wir gleich einen neuen draufklatschen. Ich glaube hierzu mussten wir hier entlang. Dann mit Fischer, 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 Leer hier die Kratzerstelle hoch. Ich glaube hier sind wir richtig. Hier waren auch einige Team Galaktik-Mitglieder zugange. Hier hinunter, da hinaus. Und hier ist es schon ein bisschen freundlicher, nicht mehr so dichter Nebel hier oben. Mussen wir durch diese Höhle da oder mussten wir hier hoch? Ich glaube da oben war keine Höhle mehr, deswegen müssen wir hier hin. Und wir erinnern uns, da hat doch auch noch ein Team Galaktik-Mitglied einen Weg versperrt gehabt. Mal gucken, ob der Typ wie da jetzt noch steht. Wenn nicht, müssen wir da theoretisch auch durchkommen. Oh, hier sind die Zertrümmerer-Steine. Was soll denn das? Aus dem Weg damit. So, ich glaube das war jetzt ein kleiner Umweg. Hätten wir auch anders hinkommen können. Aber das ist ja egal. So, nämlich dieser Gang hier müsste das gewesen sein. Hier war ein Team Galaktik-Mitglied, der ist weggegangen. Und wir befinden uns immer noch im Kraterberg. Aber hier finden wir noch ein Item. Nämlich die TM2-Drachenklaue. Natürlich eine Drachen-Attacke. Und der Schutz ist wieder weg. Gleich ein neuer drauf. Und hier kommen wir wieder, ich glaube das ist die Stelle, wenn wir links hinauslaufen, dass das die Stelle ist östlich von Erzeling. Aber da wollen wir jetzt ja nicht raus. Sondern wir wollen wirklich nochmal zur Schwersäule hinauf. Auch wenn ich mir den Weg nicht merken konnte. Und ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen herumirren werde. Äh, hier konnten wir nicht entlang. Ja, der Killer und sein Orientierungssinn. Das sind zwei Sachen, die nicht unbedingt immer gut zusammenpassen. Mann, ist das hier ein langer Gang. Ich will doch nur wieder raus. Und da ist wieder der Ausgang, von dem wir gekommen sind. Dann muss es da wohl westlich doch noch ein bisschen weiter gehen. Weil es so weiter geht, habe ich mir bald keine Schutz. Schütze, Schütze. Keine Ahnung mehr. Und einmal hier links hoch. Dann muss hier doch noch irgendwo ein kleiner Wühlengang oder ähnliches sein. Ja, da ist tatsächlich noch einer. Dann müssen wir da hinlangen. Und der Schutz, der hört doch bestimmt gleich schon wieder auf. Ein bisschen mühselig natürlich, den ganzen Weg hier nochmal abzulatschen. Aber es wird nicht ganz umsonst sein. Das kann ich euch garantieren. Denn jetzt sind wir draußen. An der mythischen Speersäule. Und hier ist auf einmal alles wieder in Ordnung. Nicht mehr so verzerrt, wie es hier war, als das Portal sich geöffnet hat. Aber trotzdem ist hier eine komische Präsenz, oder? Oder auch nicht. Verdammt, da habe ich mich ein bisschen verrechnet. Ich dachte nämlich, dass man jetzt hier an dieser Stelle Palkia und Jäger fangen kann. Aber das kann man anscheinend dann doch erst nach der Pokémon-Liga. Okay, dieser Weg war mal komplett für die Katz. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber zum Glück haben wir unsere Star-Dürer dabei. Hier nicht einsetzbar. Oh, nicht dein Ernst. Müssen wir jetzt mal wieder zurücklatschen. Aber so habe ich das jetzt immerhin gezeigt, dass man die Allgrau-Peike ist, nach der Pokémon-Liga hier fangen kann. Und ich habe keinen neuen Schutz aufgesetzt. Nicht dummdödel. Hallo, Georock. Gegen die Herr Tafnacken nichts zu maiden. Deswegen hauen wir mal eben schnell ab. Und setzen da einen neuen Schutz drauf. Na, das ist mal wieder ein guter Start in diesen Part gewesen hier. Aber wir können noch ein paar andere legendäre Pokémon dafür schon fangen. Die Allgrau-Peike hier, wie gesagt, wahrscheinlich erst nach der Pokémon-Liga. Aber dann versuchen wir halt andere zu fangen. Ich möchte nicht in den Beutel. Aber hier können wir doch fliegen, oder? Nein, Patscheriso kann nicht fliegen. Aber ist klar, Dürer. Und zwar fangen wir mal an. Wir wollten jetzt sowieso noch mal Professor Alba einen kurzen Besuch abstatten. Das machen wir mal. Und danach gehen wir zum See der... Weisheit? Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Aber das werden wir gleich erfahren. Warum gehen wir ins Pokémon-Center? Verwirrung pur! Hier ist das Pokémon-Labor. Jetzt muss er nur noch die Tür öffnen. Eine Klinke ist befestigt. Man nehme die Klinke in die Hand. Und ziehe an den Türgriff. Hallo Professor Alba. Oh, Killer! Du kommst, um mir deine Fortschritte im Pokédex beim Pokédex zu zeigen? Nö, eigentlich nicht. Aber wir sagen mal ja. Hm, du bist 174 Pokémon in Sinnoh begegnet. Die Pokémon-Vielfalt in Sinnoh erstaunt mich geradezu. Dass wir bei der Forschung enorm zugutekommen. Habt vielen Dank. Oh, toll. Das hat mal gar nichts gebracht. Zu den 8 Orden hat er auch nichts erzählt. Habe ich noch den Schutz drauf. Sieht so aus. So, dann gehen wir mal direkt zum Anfang. Erinnert ihr euch noch? Da unten ist Treibler-Dorf. Wo unsere Reise begonnen hat. Und es ist das Wahrheitsufer. Dachte ich es mir doch. See der Wahrheit. So heißt er. Und hier setzen wir trotzdem nochmal einen Schutz ein. Denn wir müssen jetzt gleich ein bisschen surfen. Nämlich genau an diesem Meer. Das war uns vorher noch nicht möglich. Aus irgendwelchen Gründen. Ist der Abhang hier jetzt nicht mehr so steil gewesen wie früher. Und wir können hier auf einmal hier ein bisschen herum surfen. Und irgendwie leckt das gerade bei diesen Wassereffekten. Bei diesen riesen Wassereffekten. Und wir finden hier noch ein bisschen Gras und ein verstecktes Item. Das nehmen wir uns auf jeden Fall. Nämlich die TM38 Feuersturm. Bisschen unnötig die TM hier zu verstecken. Kann man natürlich auch im Kaufhaus. Entschleierde eigentlich unendlich oft kaufen. Wenn man es denn will. Aber warum wir eigentlich hier sind. Ist diese kleine Insel in der Mitte des Sees. Denn die Pokémon der Seen. Wie wir wissen. Sind beim letzten Mal ja an ihre Standorte zurückbekommen. Und vielleicht auch Vesprit. Hallo Vesprit. Und da kriegen wir einen Pokédex Eintrag. Und zack. Vesprit ist irgendwo hin geflogen. Öh. Schön. Und wo kommt der jetzt auf einmal her? Hm. Hm. Klar, es war doch Vesprit oder etwa nicht. Ähm. Was machst du hier, du Stalker oder so? Du hast alles getan, was ich dir an der Bibliothek von Fleetwood aufgetragen habe. Ich bat dich Daten über das Pokémon aus dem See zu sammeln. Leider gaben die Daten keine Antworten auf das Geheimnis der Entwicklung. Ich weiß immer noch nicht, warum nur bestimmte Pokémon davon betroffen sind. Im Endeffekt wurde das Geheimnis nur noch mysteriöser. Aber Mysteriöser ist mein Mitglied. Mitglied der Wissenschaft. Oh Mann. Der Wissenschaftler in mir freut sich. Killer, warum suchst du nicht nach Vesprit? Es schien mir, als ob ich mit dir spielen wollte. Mit dem Pocket-to-Learn-Karte solltest du die Bewegung dieses Pokémon nachverfolgen können. Nur zu, Killer. Bestimmt begegnest du vielen Pokémon und Leuten. Diese Begegnungen werden dich auf ihre eigene Weise voranbringen. Ich hoffe, die Erfahrungen werden dir gefallen. Alles Gute, Kinder. Gut. Das Pocket-Zubehör haben wir, glaube ich, auch schon. Aber, akropos Pocket-Zubehör. Ich glaube, wir konnten uns noch eins in Jubelstadt besorgen. Nachdem wir sieben oder acht Orden bekommen haben. Wenn wir das nicht schon geholt haben. Mal kurz nachschauen. Danach gehen wir noch mal ganz kurz nach Sonnevik. Wir erinnern uns, im letzten Part haben wir so einen Typen getroffen, der immer ein bestimmtes Pokémon mit einem bestimmten Wesen sehen möchte. Und der, wenn wir das tun, uns dann ein weiteres Zubehör schenkt. Da können wir gleich mal gucken, ob wir ein bestimmtes Pokémon dann haben. Hallo, hi. Ich bin der Präsident der Pocket-Zubehörschaft. Hallo, hi. Deine Geduld soll belohnt werden. Jo. Ich habe das neueste Zubehör für den Pocket-Zubehör fertiggestellt. Attackentester. Das ist eigentlich ganz nett, das Zubehör. Mit dem Attackentester überprüft du, welche Attacken zusammenpassen. Überprüfe, wie die Antentypen aufeinander wirken, damit eure Angriffe sehr effektiv werden. So werde ich dir stärker als je zuvor. Aber jetzt war es wirklich nichts mehr, oder? Hallo, hi. Hey, ich bin der Präsident der Pocket-Zubehörschaft, immer noch. Ja, ja, es gibt viele Leute, die Zubehör für dein Pocket schreiben werden. Und so ist jeder glücklich. Gut, also hier gibt es nichts mehr abzusagen. Bevor ich die neuen Zubehöre zeige, wie gesagt, noch mal ganz kurz nach Sonneweg. Na, dieser Part wird jetzt ein bisschen merkwürdig, ein bisschen hin und her gefliege. Den könnt ihr gerne überspringen. Hätte ich vielleicht am Anfang des Parts sagen sollen. Denn der hat mit der Story wenig bis gar nichts zu tun. Nur ein bisschen Zubehör beschaffen, damit wir auch möglichst alles sehen. Ich mache jetzt kein 100% dran, das habe ich schon am Anfang des Let's Plays gesagt. Aber wir möchten, oder ich möchte so viel wie eben nur möglich zeigen. So, wo war denn der Typ? War der da? Ich meine, der war da. Kugeln wir doch mal. VN haben wir alle dabei. Ansonsten kommt man nicht weit. Das ist auch immer so eine nervige Sache bei Pokémon-Spielen, dass man wirklich immer alle VMs während der Reise braucht. So, reden wir mal mit dir. Hm, welches würde ich denn jetzt gerne sehen? Ich will einen Blick auf ein naives Pokémon werfen. Aber ich glaube, wir haben keinen Zerbrei, sonst hätte ich das schon mal schon gesagt, oder? Ne, haben wir leider natürlich nicht dabei. Egal, das hätte ja klappen können. Bis zum nächsten Mal. Stattdessen zeige ich jetzt mal eben die Zubehöre. Wenn wir sie denn finden. Hier ist der Attackenfester. Hier können wir uns jetzt zum Beispiel uns anschauen, Wenn ein Pokémon zum Beispiel die Typen Wasser und, ja, ich glaube es gibt kein Wasser-Feuer-Pokémon, aber was für Attacken denn effektiv werden und so weiter. Wenn ein Normal-Pokémon, beziehungsweise eine Normal-Attacke ein Feuer-Wasser-Pokémon treffen würde, hat es normale Wirksamkeit. Würde man ein Feuer-Wasser-Pokémon mit einer Feuer-Attacke angreifen, wäre es nicht sehr effektiv. Doch nicht effektiv, würde er also nur einen Fehler des Schadens machen. Wasser hätte normale Wirksamkeit, weil sehe ich, ja, Wasser ist ja effektiver Feuer, aber präsent gegen Wasser, macht es also wieder normal. Elektro-Attacke wäre sehr effektiv, Pflanze wäre normal, Eis wäre nicht sehr effektiv, Kampf wäre normal, Gift wäre normal, Boden wäre sehr effektiv, Flug wäre normal, Psyche wäre normal, Käfer nicht sehr effektiv, Gestein wäre sehr effektiv und so weiter und so weiter und hier kann man dann Stahl wäre doppelt nicht effektiv und zum Beispiel wird dann auch angezeigt, bei einem Wasser-Boden-Pokémon, dass Elektro-Attacken nicht wirksam sind, also immun sind und null Schaden machen. Also ist ein ganz nettes Teil hier eigentlich. Den Kalender haben wir beim letzten Mal bekommen, das ist die Zuneigung, das ist die Uhr, wir haben momentan 17.35 Uhr bei der Aufnahme. Unser Schrittzähler, der ist mittlerweile schon fast voll, 84.000 Schritte haben wir schon gemacht während dieses Let's Plays. Das ist unser Pokémon-Team, das war die Zuneigung, das ist unser Item-Radar und das ist die Bärenkarte, aber irgendwo muss nur noch die Landkarte sein, das ist der Zähler, das ist die Analoguhr, genau, hier können wir irgendwelche Symbole hinklatschen, aber das ist eigentlich das Kartensymbol, wo uns Anruf gezeigt werden müsste, upsala, wo Wesprit sich momentan befindet, gucken wir doch mal, ob wir es finden, wir fliegen mal in irgendeine andere Stelle, vielleicht wird uns dann verraten, wo es sich momentan auffällt, fliegen wir mal relativ zentral nach Gertshofen und schauen, ob Wesprit irgendwo auf der Karte erscheint. Normalerweise müsste es das eigentlich, oder? Genau, da, dieses kleine schwarze Köpfchen hier zeigt an, dass sich Wesprit auf dieser Route befindet. Das Problem ist, jedes Mal, wenn wir selbst eine neue Route oder eine neue Stadt betreten, verändert sich dieser Standort von Wesprit. Nämlich immer um ein Feld daneben, entweder reicht es jetzt nach links oder nach rechts auf eine Route, wobei es ist stehen geblieben auf dieser Route. Ungewöhnlich, normalerweise bewegt sich das dann immer um einen Schritt, um eine Route nach links, rechts, nach oben oder nach unten, je nachdem, wo sich das gerade befindet. So, jetzt machen wir hier mal hoch und gucken, ob wir Wesprit fangen können. Seht ihr, jetzt haben wir in die neue Stadt getreten und Wesprit ist ein Feld nach links gewandert, also über die Route über uns. Das Problem, wenn wir jetzt die Route betreten, wird es höchstwahrscheinlich auch wieder woanders sein. Nämlich, jetzt ist es auf der Route unter uns. Und das Spiel können wir jetzt mal eine ganze Zeit lang spielen. So, vielleicht kommt es ja jetzt auf... Genau, jetzt ist es hier. Jetzt haben wir die Chance, Wesprit eventuell zu treffen. Aber ich meine, dass Wesprit ein Pokémon wäre, das immer flüchten würde. Das heißt, wir bräuchten eine Attacke wie... Horrorblick oder ähnliches, damit es eben nicht flieht und wir überhaupt vernünftig gegen Wesprit kämpfen können. Und da dreht meine Katze gerade am Rad. Aber gucken wir jetzt einfach erstmal, ob wir Wesprit hier antreffen. Ja, das hört man schon an der Musik. Level 50 ist das gute Wesprit. Wir können ja mal einen Angriff machen. Anziehung nützt natürlich auch nichts, weil Wesprit ebenfalls, wie fast alle, liegen wir in Pokémon, oder sogar alle eigentlich, geschlechtneutral sind. Versuchen wir es mal zu paralysieren. Also einen Angriff können wir immer durchbringen, aber danach haut Wesprit jedes Mal ab. Wenn du das jetzt noch paralysierst, nee, leider nicht, macht auch kaum Schaden. Und zack, haut Wesprit ab und hat den Standort irgendwo hin verlagert. Jetzt ist es ganz weit weg. Gut. Aber wir haben ja noch zwei andere Pokémon, legendäre Pokémon der Seen vor uns. Und die werden wir dann als erstes abklappern. Ich würde vorschlagen, als erstes gehen wir zum Stärkeufer und werden... das müsste Turbo sein, oder? Oder war das selbe? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Werden wir gleich sehen. Ach, hier kann ich das Fahrrad nicht benutzen. Alles klar. Auf eisigem Untergrund. Und ich glaube, das Landkartensymbol kann ich jetzt auch mal wieder ausblenden. Linkfinder braucht man überhaupt nicht. Da haben wir wieder unsere Karpadorminze. Sehr schön. Und mit einem Blick zu oben, muss ich sagen, müssen wir schon wieder einen Cut machen. Ich gehe noch mal ganz schnell zum See hin. Sogar ohne wilde Pokémon zu treffen. Wunderbärchen. Oh, hier ist wieder... Schnee ohne Ende. Davon sinkt mir praktisch im weißen Geläuft. So. Oh, ist das nervig und langsam hier voranzukommen. Ah. Wie bei einer Lawine. Nicht, dass ich schon mal unter einer Lawine begraben Wesen werde, werden... Ach, ich habe gerade einen Sprachfehler. Ihr wisst, was ich meine. Und mein Motto ist... Mein neues Motto ist... Wie auf meinem Kanal beschrieben. Jeder Versprecher dient zur Belustigung. Ich möchte jetzt noch eben unser Item hier abgreifen. Denn auch hier gibt es noch eine kleine TM versteckt. Nämlich hier. Oder? Oder auch nicht. Oder haben wir die schon? Ach, die haben wir wahrscheinlich dann schon abgegriffen. Das war die TM-14 Blizzard. Bei einem anderen See gibt es natürlich... Oder? Ne, da gibt es überhaupt keine versteckte TM mehr. Weil der See ja nicht mehr wirklich existiert, oder? Oder ist da mittlerweile auch wieder was da drin? Oh, Galaktik. Team Galaktik, die Bombe geschränkt hat. Egal. Das werden wir im nächsten Part sehen. Und genau so werden wir sehen... Ach doch, Selfie ist hier. Genauso werden wir im nächsten Part sehen, wie wir versuchen, Selfie zu fangen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei, wenn es heißt, Let's Play Pokémon Platinition Never Used One. Und irgendwie sieht das gerade so aus, als hätte unser Charakter Flügel. Na egal. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Part. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, euer Killer.